Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich melde, der Führer ist tot. Ich meine, ich bin mit Ihren Rückenführer. Ich bin mit Ihren Rückenführer. Ich bin mit Ihren Rücken.